Hallo und herzlich willkommen zum keine Ahnung wie vierten Part wieder mit Wamp und Blark. Ja hallo ähm das ist hier der dritte Teil übrigens aber auch egal ich fang an ausnahmsweise. Oh warum hast du zehn Leben? Geil gell? Also irgendwie leckt das so halb bei mir. Du springst ab und zu so schnell und oh Gott. Oh Gott wie bei mir leckt. So geil. Oh bei mir auch. Wie geil. Wie geil. Was schreist denn du? Oh nein. Wie geil. Was machst du denn da? Ich krieg die Krise, Alter. Wie das bei mir krass ableckt. Vor allem wie du springst. Oh Gott. Du bist bei mir eben unten durchgelaufen und auf einmal warst du oben dran. So ganz ganz groß weißt du. Nach rechts war das ne? Ja. Oh Gott bei mir ist es genauso. Ich hoffe bei mir leckt nicht so arg dass ich da so ganz vernünftig hier durchziehen kann. So spielen leckt es nicht aber beim anderen sieht so laggy aus. Döb 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 aaa Wallace Schöp schöp oder wie die Viecher essen. Willig billig. Warum klingelt das Telefon? Uah lol. Nein ! Ich kann nicht ans Telefon. Verdammt. Wir machen einen ganz kurzen Cut wenn ich das überlebe. Ja ganz kurz... Moment. F9. So okay. Entschuldige für die Unterbrechung. Weiter geht's. ein er ist nicht nur auf sich ein bisschen ein oder auch es ist billig billig ich will den Stern nicht an oh Stern oh nein NOO ich hätte so schön du ich hätte so schön dumm 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 machen können aber nein er wird in den profi rein ja wie gesagt ich mach die borgen und du machst die level ne lol was ist das was ist das schön geglitscht schön oh BAM jetzt hol dir den Stern hol ihn dir nein er geht nach links lol die Musik die und ich darf jetzt den Hammer Bruder täten vielleicht mal gucken Ich will den aber haben Dann gut, der hat einen Stern oder sowas bestimmt Och Gott Ich schaff's doch eh nicht Hallo Pilz Da unten ist ein roter Pilz Das bringt ein roter Das ist gleich wie ein gelber Ich glaube, da ist auch nur einer drin Ne, da sind drei drin Soweit ich mich noch erinnern kann Ah, du verkackst, du wirst sterben Weil der erste Gegner ein fetter Hammerbruder ist Und der sich töten wird Ah, Blark, Blark Ne, oh Gott, musst du springen, wenn ich aus dem Bildschirm abhaue Ha, fail Oh, noch einer Na, warum Springt er, wenn ich springe, der Spastiel Oh Mann, er kommt genau wieder rein Viel Spaß Hallo, das ist nur ein dicker Guck mal Blark Oh, ne Wolke Wo ist Wampe? Jetzt bin ich wieder, oder? Ja Ey, hab ich noch nen Pilz? Das ist alles Nein, ich hab keine Pilze Kannst du die Sterne nehmen? Ja, von denen hab ich ja drei Stück Sowieso wegwerf, Ethan Dum 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 Ja, ich liebe diese Musik Stirb Und du auch, Fettsack Viel Spaß Jetzt kommt der schwere Teil Das ist ein Blark Warum? Ich sag doch, jetzt kommt der schwere Teil Ja, ich bin nur zu doof, um das Spiel zu spielen Deshalb, sag ich mal ein bisschen dadadadadab unberforts the That He war er früher habe ich das Spiel so blind durchgespielt er und jetzt sind Loll Level Breaker und er war knapp da dann laden da 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 Oboe da 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 dann die Lüge im Kiel den Kühnchen den Kühnchen den Kühnchen den Kühnchen den Kühnchen den Kühnchen der Euro der der Dämonen da ist was muss er es nicht kommen Das nervt immer wieder Da-da-da-da-da-da-da-da Ja, pfh Schaffen wir beide nicht Ich glaube, du schaffst es nicht Ey, ich krieg's dann, wenn du verreckst das Pilzhaus nicht Ich wollte gar nicht kämpfen Aua Ich wollte doch gar nicht kämpfen Na egal, muss ich das Level nicht machen Ich hab ne Kann man auf mich abschieben Ja Ich hab ne Technik gefunden, wie ich nicht das Level machen muss Ich kämpf einfach gegen dich Er killt seinen Bruder Seine Familie Ich hasse Super Mario Bros. 3 Wieso? Weil das Nest Ding besser ist Das Nest Ding ist mehr so wie Super Mario Bros. Ich sehe das irgendwie so wie Super Mario Bros. Oh, die Bouncer, ich hasse sie Das sind so diese versteckten Notenblöcke, Alter Stern, 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 Stern Jawoll Vor dem hatte ich immer früher Angst Vor dem riesen Hast du schonmal gesagt, im ersten Teil, aber auch egal Habe ich? Ja Oh, cool Hehehe Oder war das im ersten ersten Teil? Hehehe Weck ein Leben Ich habe eins Hehehe Ach, jetzt kommt ja wieder mein Level Ich darf die Burgen machen Was nehme ich denn? Oh, ich hab so viele Blumen Ich glaube, äh, Luigi Ich bin's, euer Luigi Ich bin's, euer Luigi Ne, hier kommt nichts Da kommt einer Hallo Die machen mir Angst Ah, sie kommen Ah Dann muss ich darunter leiden Geweck, geweck Geweck, geweck Aber, okay, so geht's auch Geweck, geweck Komm her, komm her Na, warum? Luigi, eh, what are you doing? Da, 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 dumm Da, da, dumm Hat man nicht irgendwann keine Continuous mehr? Ah, dann endlich Na, gut Na, ist das Vision, jedenfalls Neiin Hehehehe Flower is the links Haha LeFu LeFu Naja, egal, kannst du dich wenigstens sagen Kannst du das immer groß machen Dum dum dum! T каб goodness Andsection Hal-namos kh So bin wieder da, war kurz weg hier. Yay, du hast ihn getötet. Ja. Wow, was ich nicht schaffe, schafft er wieder mal. Ich weiß, dass du gar nichts verpasst, aber auch egal. Was denn? Ich wurde getroffen und hab gleichzeitig Gegner getroffen. Falsche Röhre. Kannst in die andere reingehen jetzt. Ach stimmt. Spring! 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 Dabba, Dabba, Dabba. Ich bin froh, dass sie die Röhren bei Super Mario World wieder normal gemacht haben, diese Oberweltröhren. Dass sie sofort zum anderen Ziel teleportieren, nicht diese Zwischenlevels. Ja. Wenn du jetzt hier keine 5 Leben kriegst, hacke ich dir was ab. Hahaha. Okay. Teig dir was ab. Und was? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Jetzt nichts mehr. Naja, zwei Leben sind doch auch schon mal was, oder? Hahaha. Ich verliere sie doch eh alle wieder. So was habe ich jetzt noch? Oh Gott. Gar nichts. Nimm gar... Gibt sie auch. Äh? Boah. Kann ich hier oben drüber hier so? Ne. Ja, wenn du auf Lucky du springst. Und langsam an. Wie soll ich dir aber nicht? Wie soll ich denn auf den Basti drauf springen? Keine Ahnung. Wenn du nicht da ist, hast du Glück gehabt. Ui. Aua. Werf mir doch die Dinger nicht auf den Kopf. Du Wohren! Haha. Die Wolke lächelt auch immer. Haha. Sie freut sich, mich getötet zu haben. Ja. Dum 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 dum. Froschanzug hattest du. Leute roh. Na ist ja nur ein indirekter Level Break. Ja. Mach aber mehr spaß. Oh Gott ich bin echt tot. Wir sind hier. Wie kurz! warum ist da in der mittel eigentlich ich stehe direkt da vorne ok ecke und ecke ok stern und blumen im zweiten vor recht eine einfache ok da hat er jährlich sondern nämlich dass man gehen da muss eine blume sein auch mehr nur da haben ich muss mir merken die blume tritt ein Leben dass die haben wurde kämpfen und nehmt die dritte Kiste der erste Blume, Maschinen, Maschinen Oh mann Weißt du was? Weißt du was? Komm her du Run Ich benutze einen Stern um einen Stern zu halten Ich war grad Feuerluigi in Miniatur Ich raste hier heute aus, Alter Das schaffst du nicht, ihr Kleid Oh Gott, du Cheater Nein, Pedisflügel So jetzt bin ich dran, 5 oder 6 Ich mach 5, du kannst 6 machen, Nils Äh, falsche Knöpfe, sorry So Das ist ein Pilz, aber auch egal, irgendwo Keine Ahnung wo der ist Ne, ja doch, der ist oben irgendwo drin Also hier nicht rein Und ob ich da reinkomme Ach fuck Hey, scheiß drauf Riesenblumauswache Ach ne, das ist das, wo man switchen kann Da und so ist drin, gell In den Boxen Komm her mein Stern Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö Oh, ich wollt schon sagen Keine Ahnung Keine Ahnung Ich find die großen Gegner machen die mehr Probleme als die kleinen Ich find die großen machen nicht so viel Probleme, weil die so schön groß zu treffen sind Ah, du, what? Und die auch so gut treffen können Ja Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft Ich hab' ein level geschafft, man Freu' dich mit mi Obwohl das Level hier einfacher ist Bumpe steht auf Risiko K nur den verfickten Pilz da besser als wenn du kleiner du Pfff Natin Pflanze LOL Disco Bullet Base Dirk Disco Düm 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 Pell so jetzt kann ich mir Pilz holen praktisch abstaunen sollen Anni genau rote aber ich glaube das ist das ist der Dinger drin hier habe ich habe die Bären zu gut ich bin heißt Geld du kannst mir Stürb-Level Stürb Dirk 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 um ein A21 Donut Blöcke sind so dieser einfach darüber Hüpft dann machen wir die Dorf Blöcke nichts Prozent doch so wie soll die Tiere ist geschocken ist unter die Regelten ja ich weiß aber trotzdem noch der größten so am 즉 wirtschaftliche vielleicht Leben abstauben die 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 weil es anders eventuell leichter ist ja man Blume das ist viel zu unterschätzte E-Termine der Unterdämpfer und der im der die du 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 jetzt wissen was eine Tübe die Welt die Welt und sich die Wasserstand zu können ja Neude der St hast du eben gemacht Waschbeeranzug, mit unten und B. Geht das. Was macht das dann so? Unverwundbar. Lol. Nein, der Waschbeer. Meinst du, ich hätte lieber die Feuerblume gehabt. Jetzt krieg ich nochmal einen Pils. Nicht. Ohohoho. Okay, ich wage mich noch einmal. So, jetzt kann ich mir schon die Leben abstauben. Ich wollte gerade sagen, vielleicht staub ich mir jetzt die Leben ab. Ich hasse Sternen zu bekommen. Es geht... Wow, jetzt geht es noch ein Teil. Komm, 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 komm. Nein, ich wollte schon freuen, Mann. Nein. Das trotzdem schlossen machen. So viele L's. Äh, wie... Loser. Nein, Looser wollte ich sagen, aber auch egal. Guck mal, ich bin Hitler, nein, egal. Ich muss dazu sagen, wir sind nicht rechtsreich, egal. Genau. Wir haben uns nur einen Witz über Nintendo. Was sie für ein... Ja, was sie für ein Fail-Luigi gemacht haben. Ja. Aber mal ganz ehrlich, ne? Ich reg mich immer drüber auf, dass Krankfried so mies mit Hitler-Sachen oder so ist. Und jetzt selber so... Oh, geht Deutschland! Und komm doch mal her! Mann! Oh, du bist so hässlich, du Scho... Oh, mein Gott, geh da rein! Jetzt kann sie hochfahren. Oh, ich hasse das. Hallo, das ist Welt 7. Badabada-Badum. Badabada-Badum. Badabada-Badada. Badabada-Badada-Badada. In welchen muss ich denn? Keine Ahnung, kann's beide gehen. Boah, Luigi! Der will ja nicht rein! Dann gehen die andere. Jetzt will er da rein. Oh, ne. Ah, doch, dann komm ich da oben raus. Vor allem, dass die das so lange berechnen lassen, ist so nervig. Sich berechnen, ist einfach nur rumfahren lassen. In einer zu langsamen Geschwindigkeit. Oh, schneller. Du bist wie dein Bruder. Fett und dämlich. Geht's an mir, Haluigi. Wah, wah, wah. Bitte, bumm. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Muss ich da rein? Ja, wahrscheinlich. Geh rein. Och, Mann, oh. Da oben ist die Box. Wenn du für eine... Ja. Genau, das noch eins weiter. Genau. Das ist der Kittel, der halt genau. Hä? Rechts eins. Ich seh nichts. Wenn nicht, dann eins links. Was da drin? Oh. Ein grüner Pilz. Jetzt kommt's, auch mal nur. Doch, du könntest's Leben absahen. Ey, ey, ich will fliegen können. Ja, um sie nur Münzen, aber auch egal. Äh. Ja, ich hab ja nur 20. Nee, nee, nee. Oh, nö, Disco-Kugel. Nein, Disco-Waffe. Disco-Waffe. Ich wollte grad Muffel. Ich wollte grad Muffen sagen. Och, nicht du hässliger, komm her, her. Komm, spring zu mir, komm, stell her, komm. Make me, bro. Ah, Blark. Blöden? Das schlagt dich. Okay. Guck mal auf die Zeit. Was war da? 1, 1, 1. Ich muss einen ausgeben. Ja, du darfst den jetzt beenden, ja. Wäre nicht schlecht. Riep. Riep. Hopp. 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 No, 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 no. Riesenanker. Riesenanker, kein Anker. Vor allem, wie unlogisch das ist. Ja, du sollst ein Blitz hier hoch springen, das sind nichts. Nee, ich meine auf allgemein. Der Anker geht hoch. Dadurch, dass er hochgeht, der Anker, geht das Schiff auch hoch. Ein so ein kleiner Anker hält so ein Schiff unten. Münzen! Will ich nicht. Die A macht Münzen. Sie werden dich töten. Oh, ganz grässlich, musst du da über das Feuer weg springen. Dem, 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 dem. Ob es bei Ozu denn Super Mario Musik gibt, wäre schon nicht schlecht. Ich würde nicht hoffen, dass es mir gibt es. Ja, dann gibt es das Neu Ozu bestimmt auch. Du sterben! Du, der, 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 der ich weiß es noch um die Verlust die Euro der Köln-Königkeitschrift hat sich aus wie eine Tür aber ja voll böse gemacht er liebte meinen sollen noch nicht gelockt am Ende ja Hier war einer. Hallo? Hol dir das Blatt! Oh, der ist doch so ästlich. Vor allem er hat einen Stab und benutzt ihn nicht. Das ist lieber der Grashüpfer unter den... Nein! Nein! Ja, ich würde sagen, wir machen dann hier einen kurzen Cut, oder? 24 Minuten. Ja, dann bis... Ne, wir gucken noch an, was wir wieder bekommen. Ist wahrscheinlich wieder der P-Flügel. Wenn ich mich recht erinnere, ist... War das der Hammer. Man bekommt einen Hammer? Glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir bekommen den P-Flügel in der vierten Welt wieder. Dreimal den, oder so. Ha! Okay, dann bis gleich zum nächsten Part.